Ach du heiliger Hogwarts Ist am Start Freunde Nein, nein, bitte Lara Warum tun sie das, Versailles? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben Wie viele Leben hast du aus gleichem Grund genommen? Hier gibt es keine Helden Nur Überlebende Kimiko ist sehr gefährlich, Versailles Sie ist zornig und ratsüchtig Und sie hat große Macht Eine Sterbliche für eine Königin Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde So ein Scheiß, Alter Sprung des Todes, Freunde Alles klar Okay Okay Stimmt ja, der Wind war auch da Haurock Gibt es eigentlich noch Wachen? Ich mach das einfach mal Ich hab keine Ahnung Wow 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 Lara, Vorsicht Die Mistkarle kommen in deine Richtung Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten Danke, Reyes Geh zum Boot Wenn ich nicht zurückkomme Wir werden nicht ohne dich fahren Wir warten Geronimo Weiß klar Wow Wow Boah, ey Der Spiel ist einfach so geil gemacht Schnell, schnell, schnell Rein da Dankeschön Das wird jetzt geil Wo muss ich denn überhaupt hin? Nach da oben Oh, neues Lageindex Vielen Dank Nach rechts Ja Das ist echt heftig für eine Nacht Oh, große Königin Durch alle mühsalen Bringe ich euch das Gefäß Strömt hinein Und nehmt euch dieser menschlichen Hütte an Strömt hinein Und werdet wiedergeboren Strömt hinein Und erwachen Und werdet ihr euch das Gefäß So Ich schaufe Das sind wir Wurzeln Dann Dann Das sind wir Das sind Sie Ich schaufe Wow Da oben auch einer Alles gleich Ich kann mir auch Zeit lassen Oh ja geil Ja 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 Höre Das war's für heute. Ja, jetzt kommt ihr von da hinten, alles klar, ja natürlich. Wo klettern die alle eigentlich alle hoch? Ja, jetzt kommt ihr von da hinten. 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 Natürlich. Ja, jetzt kommt ihr von da hinten. Ah, auf dem Rücken. Oh, das kam ich so unerwartet. Hä? Ja, Alter, schieß doch auf den Kopf. Oh, ich hab... Ja, dritter Personen-Shooter halt. Ich sag ja gar nichts. Ja, mach... Ja, mach... Ja. 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 Das war's für heute. Ja, hau drauf, Alter. Achso, eh. Alter, schaut aus wie ein Geist, Mann. Alter, wie zackig die Nacht der ist. Ach, Brüste. Äh, 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 tot. Der hätte vielleicht schon ein bisschen mehr looten können. Oh, nee, das ist er. Okay, 90. Was ist das für die Taste gewesen? Hä? Hä? Okay, Doppelpistolen. Eine Bescheidung für eine Ohne. Geil, Mann. Ach du, boah. Sam. Oh, Sam. Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen. Bringen wir dich nach Hause. Und jetzt geht die Sonne auf wahrscheinlich, ne? Boah, bekomm ich ja ganz laut irgendwie. Oder ist mir ja jetzt kalt, der da wohnt. Ich weiß es nicht. Oh, mein Rücken. Ja. Da ist Lara. Sie hat Sam. Geschafft. Hier wird es bald besser gehen. Was ist da passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay. Dann nicht viel weg von hier. Oh ja. So schnell will ich ja, man kann nicht mehr sehen. Gut, dass ich den Tomb Raider Film schon kenne. Ich war so blind. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt. Wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Alles klar, Lara. Hallo, Lara. Lara. Wir übernehmen den Künstler freigeschaltet. Aber warte mal, stimmt. Das Team habe ich ausgeschaltet. Eine Aufnahme. Drachendreieck. Südjapan. Oh Mann, knack. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja. Wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht mehr raus. Ein Überlebender ist geboren. Ein Überlebender ist geboren. Oder wie man es übersetzen mag. Das war Tom Brady, meine liebe Freunde. Steht es immer auf Englisch da? Schon, oder? Ja. Hat extrem viel Spaß gemacht. Tom Brady. Eins, sage ich mal. Also 2013. Head of Studio. Ja. Der Producer. Und Creative Director. Dara, Ron, or Noah. Noah. Ich lasse mal die Credits einfach mal laufen. Mache ich ja sowieso bei jedem Spiel eigentlich immer. Also eigentlich. Außer Credits aus den letzten zwei Stunden da nicht. Und jetzt gibt es gerade eine Musik wieder. Richtig Tom Brady-Feeling halt. So, jetzt haben wir Mittag, ey. Könnte ich eigentlich noch was essen gehen, oder? Ja, Freunde. Das war Tomb Raider 2013. Das erste neue Tomb Raider halt. Von drei. Ja, und bald kommt... Ähm, Rise of the Tomb Raider, habe ich noch gar nicht gezockt. Nur, ich kenne nur den Anfang. Also das wird blind. Das Spiel. Tomb Raider 2013 habe ich natürlich privat schon mal gespielt. Ihr habt ja im letzten Teil gesehen, da war ein Sonder-Safe-Game. Zu 24 Prozent war, glaube ich, der, wo ich damals gespielt habe. Da habe ich schon kurz auch mal wieder reingeschaut, was das überhaupt war. Ja, egal. Im Hintergrund sind die ganzen Credits. Ähm, Leute, wie die das Spiel programmiert haben. Und Pipapo, alles was dabei war. Viele, viele Menschen. Klar, das Spiel ist auch mega geil gewesen. Ist mega geil. Und ich freue mich auf den zweiten Teil. Der ist auch schon gefühlt ein Jahr draußen, oder zwei Jahre, oder drei Jahre. Ich habe keine Ahnung. Und ist denn der rausgekommen zu 16? Ich glaube schon, oder? Zu 16 ist der Rise of Tomb Raider rausgekommen. Oder zu 15. So, 15 oder zu 16. Und hier machen wir nicht jedes Jahr ein Spiel. Ich würde sagen, alle zweieinhalb Jahre wahrscheinlich. Denke ich mal. Und ja, ich gehe jetzt was essen, Freunde. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was nach den Credits kommt. Aber wir können noch weiterspielen. Das weiß ich. Also, wir sind nicht von der Insel runter. Wir sind immer noch ein Jammerteil. Ne, das ist wahrscheinlich vor der Endmission. Wahrscheinlich noch. Kann ich mir vorstellen. Egal. Egal. Hat ja nichts mit der Story zu tun. Ähm. Aber ich kann mich nicht mit meiner Facecam anwenden. Ist ja, glaube ich, an. Genau. Da bin ich ja. Ähm. Wie gesagt, unter dem Spiel will ich keine Facecam anhaben. Also, bei Story Games ist, glaube ich, selbstverständlich. Mein Mikrofon sieht man gar nicht. Ah. Ist so weit unten. Sehr komisch ist das. So, wie gesagt. Ähm. Ich bedanke mich an Skyenex und an Crystal Damenex. War glaube ich ein Entwickler. Ähm. Für dieses mega geiles Spiel. Und. Ja. Rise of Tomb Raider. Ich komme. Voll die fetten Kopfhörer eigentlich. Ist so auf Facecam hab ich nicht an. Ist auch ziemlich neu. Falls einer wissen will, was das für eine ist. Äh. In der Videobeschreibung steht es natürlich. Verlinkt. Mit solch gesagt Namen. Kein Amazon-Nic oder sowas. Hab ich nicht. Brauch ich nicht. Noch nicht. Oder. Ich glaube, ich habe nur den Namen hingeschrieben. Aber ich habe auch vieles auf Amazon gekauft. PC-Hardware jetzt nicht, aber Facecam hab ich auf Amazon gekauft. Mein Headset hab ich auf Amazon gekauft. Und. Meine Tastatur auch. Meine Maus hab ich, glaube ich, damals bestellt. Wo ich mein PC bestellt habe. Glaub ich. Aber ich glaube, ich habe die auch separat bestellt. Wo anders. Das war nicht auf Agando. Ja, egal. Dann. Sag ich mal. Wiederschauen. Reingehauen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Wenn nicht bei Division. oder bei... Keine Ahnung. Battlefield 4 kommt ja auch noch. Dann sehen wir uns spätestens bei... The Rise of the Tomb Raider. In der Schneewelt wieder. Ja, das weiß ich, dass das eben Schnee spielt. Vor allem am Anfang. Ich glaube, Sibirian ist es. Ich glaube, Sibirian ist es. So. Also. Ich gehe jetzt was essen. Was ihr macht. Egal. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Was ihr macht. Ciao. Ciao mit V. Ciao. 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 util. coeur im Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020